Von den Preisrichtern eine kleine Lobby. Scheint sie zumindest schon zu haben. Ebenso wie diese junge Dame aus Frankreich, Eva Serrano, die große Konkurrentin von Magdalena Bzeska. Letztes Jahr lag Eva Serrano immer hinter Magdalena Bzeska, dieses Jahr bis jetzt immer vor ihr. Untertitelung. BR 2018 BR 2018 Eva Serrano scheint einen guten Tag...